Kassel ist noch gar nix. In Kassel ist auch kein Konora gar nix. Und jetzt haben wir jetzt Konora gebucht, drei Tage und ich sag mir ganz einfach, ich krieg das nicht. Und ich will das nicht. Ich sag mal so. Wenn man das nicht will, dann machen wir das nicht. Geile. Kassel ist noch gar nix. Kassel ist stabil. Hier kommt niemand rein. Geile. I'm over the stroke of my...